Hallo, ich bin Daniel von Gixler-Flaxenburg und heute haben wir ein kleines Interview mit dem Herr, der hier die Steampunk-Sachen herstellt im Retro-New-Look oder wie würden Sie das nennen? Retro-futuristisch oder retro-viktorianisch. Angelehnt an die Zeit der Dampfmaschinen-Industrialisierung, Jules Verne, OG Wells und halt eben Sachen, was wäre wenn? Wie würden unsere Maschinen, die wir heute haben, wie hätten sie ausgesehen oder wie würden sie aussehen, hätten wir zum Beispiel den Plastik nicht erfunden, die Entwicklung aber schon weitergegangen wäre. Sprich, wir haben Computer, wir haben Handys, wir haben Smartphones, aber halt eben in dem Look der damaligen Zeit, die sehr verspielt war, Ornamentik hat eine große Rolle gespielt. Man hat den Sachen, ich sag jetzt mal, Leben und Liebe gegeben, was ich heute teilweise in den modernen Designs vermisse, dieses gradlinige Kalte. Heute sieht man etwas, okay, es könnte vielleicht ein Samsung, ein Apple, ein LG sein und hier, wenn man es auf dem Stand von früher machen würde, würde man sagen, okay, das ist dann eventuell von LG Wells oder von irgendwie, dann ist es wirklich markant, dass man sofort rausfindet, von wem es er sein würde. Oder wie gesagt, wenn es zum Beispiel in einem Wohnzimmer von Queen Victoria stehen würde, ja, ich kann Ihnen gleich ein Gerät zeigen, das ist vor ein paar Wochen entstanden, aus einem Straußenei, ja, und ich nenne das The Timeless, mein Name ist Titus Timeless, The Timeless iPod, ja. Und wie hätte zum Beispiel so ein kleiner MP3-Player auf dem Schreibtisch einer Queen Victoria ausgesehen. So, dann haben wir hier einen handelsüblichen USB-Stick. Die Ads-Arbeiten sind auch alle selbst gemacht. Jetzt haben wir hier Laufen. Okay, wie kommt man auf solche Ideen, sowas zu machen? Eventuell zu viel LG Wells gelesen oder vielleicht Metro geguckt zu viel dreimal? Es gibt natürlich sicherlich Filme, die einen inspirieren. Wenn man sich mal ein bisschen jetzt in der momentanen Zeit umschaut, wie viele Werbeagenturen auch den Steampunk für sich entdeckt haben. Autohersteller, Kaffee-Röster, Lavazza etc. Ja, ich will hier keine Schleichwerbung machen. Entschuldigung. Aber es ist eine Fantasy-Welt. Und in der heutigen Zeit, die äußerst hektisch ist, viele auch gestresst sind, sucht man sich einen Ruhepol. Ich sage jetzt mal, man hat ja als Kind nicht die Fantasie verloren, nachdem man jugendlich und erwachsener wurde. Sondern eigentlich sehnt man sich als Erwachsener wieder in diese Zeit zurück, diese Verspieltheit, die Fantasie laufen lassen. Sehen Sie heute Kinder beim Spielen zu, mit Figuren. Ja, da werden Welten entdeckt. Und etwas Ähnliches machen wir auch. The Titus Time is Podracer, beziehungsweise The Time Machine Podracer. Es ist eine Kombination aus dem bekannten Film The Time Machine und Star Wars Skywalker, The Podracer. Entstanden durch einen Post eines Freundes in unserem Forum, der sagte, Titus, das sieht aus wie Star Wars. Das war hier der Skorpion. Und dann hat es bei mir irgendwie so eine Idee entzündelnd. Bau das Teil. Bau eine Kombination aus Zeitmaschine und Podracer. Ja, und dann ging es los mit ein bisschen Dampfmaschine, Propeller, also dampfbetriebener Podracer mit der Zeitmaschine hintendran. Das Teil dampft auch. Ich wollte mich nah am Original halten, aber halt eben auch diese eigenen Features reingeben, wie man bewegt sich per Dampf, so wie halt eben in Star Wars dargestellt. Kann aber auch eine Zeitreise mit der Time Machine machen. Der Eindruck von der Anno hier. Sie waren schon öfters hier letztes Jahr, glaube ich, waren Sie hier gewesen. Vorletztes Jahr, kann das sein? Nein, ich wäre das vierte Mal hier. Letztes Jahr war ich zwar mit Geräten vertreten, allerdings ich habe aus der Ferne zugeschaut. Ging berufsbedingt nicht. Aber mein Freund und Kollege, Horageous Team, Jochen Enderlein, hat mich würdig vertreten, nicht nur vertreten. Aber wir sind ein Team geworden. Wir haben auch ein Team in Deutschland, die Makina Nostalgica. Ein Zusammenschluss verschiedener Künstler mit verschiedenen Stilrichtungen, die auch Ausstellungen machen. Und bei dem einen passt es einmal entfernungstechnisch, nicht zeittechnisch, aber wir versuchen das schon als Gemeinschaft darzustellen. Okay, wenn man sich jetzt näher für Ihre Kunst, sie ist ja Kunst, praktische Kunst sozusagen, interessieren würde, wie und wo kann man Sie kontaktieren, erreichen oder eventuell auch noch Videos sehen, wenn Sie sowas machen würden? Gut, ich habe zwei möglichen. Einmal bin ich in Facebook vertreten, eine eigene Homepage habe ich noch keine, die ist in Arbeit. Und dann habe ich das große Glück, ein kleines Hotel in der Eifel zu haben. Und meine Geräte stehen da ständig. Okay, wo ist das Hotel in der Eifel? Das wird verschiedene Leute vielleicht noch richtig interessieren, weil man sieht das meistens nur so auf Messen ausgestellt. Aber richtig irgendwie eingebaut in ein Hotel oder Haus sieht man das ganz, ganz selten bis gar nicht, würde ich sagen. Wo findet man das Hotel in der Eifel? Können Sie uns eine Adresse geben, bitte? Gerne, wenn ich das darf. Das ist in Ulmen, in der Nähe vom Nürburgring, an der A48, am Ulmen am Haar gelegen, sehr schön. Und hier von Luxemburg ist man in der Stunde anderthalb locker da. Und das Hotel heißt wie? Hotel Bürgerstube. Bürgerstube. Also, das war es für mich. Danke. Vielen Dank. Untertitelung. Untertitelung.